Empfiehlst du deinen Studierenden, unterschiedliche Interpretationen eines Stücks anzuhören? Du willst auf bestimmte Stellen sekundengenau hinweisen und verschickst dafür ständig Links? Dann interessieren dich bestimmt die Tipps und Tricks der Oma. Erstelle beliebig viele private Räume und lade andere dazu ein. In einem Raum kannst du zum Beispiel YouTube-Videos zusammenstellen und direkt dort abspielen. Mit dem Analyse-Tool kannst du Stellen in einem Video oder in einer Tonspur sekundengenau markieren und kommentieren. Mit der Open Music Academy erlebst du digitalen Hochschulunterricht neu.